Oh Gott, das ist echt immer knapp, wenn ich das mache. Augennahme am Start. Ja, gerade angefangen. Ja, das einzige, was ich jetzt gerne zum letzten Mal, ich mache ja eigentlich zwischen den Aufnahmen nichts. Ich habe nur zwei neue Charaktere wieder eingestellt. Einmal Budo Panda ist hier mit dabei, gerade ein schwuler Machia. Für alle Charaktere, 4 Punkte Bonus auf alle Zauberspruchfähigkeiten. Verlangt aber von allen Golfer, wir finden 20%. Das ist viel. Aber das, was ihr einen dafür gibt, ist auch stark. Wenn ich das für das Internet aussah, dann kommt mit mobilen Daten nicht hier rein. Okay. Gaudiman ist unser Lehrer, hat 15% Bonus auf alle Alter, also auf alle Erfahrungen, die wir kriegen. Und für nochmal 7%. Heißt, wir kriegen effektiv 27% weniger Gold jetzt. Nur, es ist mir eigentlich relativ wurscht, die haben sehr gute Effekte. Und Geld sollten wir genug haben in der Zukunft, weil wir so viel tollen Kram finden. Und ich soll es auch einfach in den New World Computing Dungeon gehen kann, die ihr gemacht habt. Also verliert man... Ähm... Ja, wenn es da schon steht, dann verliert man jetzt 27% weniger Geld. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ja. Dann hat jetzt 27% mehr Geld, technisch gesehen. Äh, weniger Geld. Richtig. So. Ich möchte einfach zurück zur Schmucklerbucht gehen. Weiß ich nicht. Ich glaube, niemand sieht halt so aus anscheinend. Über das Verkaufen von eins bekommst du sowieso mehr Geld, wenn dann... Ja, ist, ist so. Ähm... Kicker als das meiste, was ich an Geld kriege, ist eben halt so. Ist ja okay. Ich meine, Geld sollte... Wir kommen... Ich will nicht sagen, dass wir an den Punkt kommen, wo wir kein Geld brauchen. Aber ich sag mal, wenn ich Geld brauche, dann gehe ich in die MWC Dungeon und ich kann mir ein bisschen was wieder aufhören. Und die... Positiven Effekte sind halt sehr gut. Ich weiß nicht, wie wir damit zurechtkommen. Ich glaube, das sollte eigentlich ganz gut laufen. Äh, dass wir nicht, ähm, Probleme kriegen. So. Lass uns doch mal Richtung Schmucklerbucht gehen. Übrigens, nicht vergessen, ich habe wieder den Discord gleich offen. Ich gehe da mal wieder rein. So. Mach auch die Bildschirmübertragung an. Also heißt, wenn irgendjemand was Wichtiges zu sagen hat oder etwas über das Spiel erzählen möchte oder allgemein mal kurz mich anschnacken möchte wegen irgendwas. Ich bin hier im Stream-Raum drin. Also kommt einfach rein, wenn ihr irgendwas wollt von mir. Wenn irgendwas ist, dann bin ich da zu erreichen. Und dann kann man das einfach schlacken. Es ist nicht eine beruhigende Atmosphäre hier. Das braucht man mehr, ey. Sehr, sehr beruhigend, das Ganze. Oh, Schmucklerbucht. War es westlich oder südlich von hier gewesen, letztendlich? Ja. Die Musik ist sehr angenehm. Ähm, zusammengestellt von E-Dragon und, äh, Just Winner. Und, äh, das ist der Sumpf der Verdammten. Stab, 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 stab. Hier ist der Schmucklerbucht. Wir brauchen fünf Bananen dafür. Alles kein Ding. So, einer. Fliegen. Fliegen. Okay. Und dann gehe ich mal. Bist du die Dungeons abklappern? Was meint ihr? Fangen wir doch mal an. Ich gehe einfach mal zu den Dungeons da drüben hin. Fangen wir hier mal an. Stab, schwingen, Stab, schwingen. Ach, das ist... Mann, der verdammte... Der verdammte Drachentöter ist auch noch das Monster Hunter E-Dragon, ey. So. Puh. Tempel des Fistus. Hier wohnt Fistus und sein Orden. Die Ratten gehören auch zum Orden. Mann, das sind die so gut. Da wollen wir... Da wollen wir mal gucken. Lass uns mal gucken, was hier so ist. Lass uns mal gucken, was wir hier so finden. Hallo lässt grüßen. Ihr habt euch mit dem mächtigen Bepös angelegt. Alter, was geht hier gleich schon wieder ab, ey? Meine Güte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Bepös angelegt. Ich bin da sicher, dass echt nicht okay. Das geht nicht gut los. Womöglich, die Ratten sind eigentlich schon wieder geko... Nein! Was? Was ist das? Oh, trauriger Smiley. Das muss ich mir gleich im Vormerken. Mann, ey, fucking Halo. Wo ist die ganze Halo im Hintergrund? Aber Amazing Shester hätte ich nichts angezeigt. Äh, dann ist da wohl auch nichts drin. Okay, alles klar. Was sind das für Gegner? Bald schon werde ich eure... Bald schon werde ich eure... Oh, ich muss noch sägen. Ich muss noch sägen machen. Ihr habt das... Oh, Gott, ey. Die Ratten waren ja schon bei der Goblin-Wade schon sehr anstrengend. So, Kack-Heilung, wie ich wollte sägen. Einmal sägen und Heldentum kann man ja auch nochmal casten. Oh, mein Gott. Vorfall ist da auch am Schrein. Ich finde, Vorfall hört man da relativ gut raus. Ist ja traurig. Oh, der Pfeil. Danke für den Pfeil. Oh, Schalter. Nintendo Switch. Shit. Der Deut. Also, das ist vermutlich 8 und nicht 8. Ja. Aber ich weiß, dass es die Goblin-Wacht ist. Aber ich muss es Goblin-Wade aussprechen. Das ist doch auch voll cool. Ich dachte... Bist du nicht... Bist du nicht bei dem Heldentum-Sound dabei? Ich könnte schwören, dass ich dich da höre. Pater. Pater. Der Himmel erwartet uns. Die Nomin... Die Nomin... Kardinal. Die Nomin... Die Nomin... Habt ihr euch das genommen? Nein! Wieso habe ich das... Das war der falsche Charakter. Scheiße. Okay. Komm. Was ist denn da drin? Das erkenne ich. Saum der Nacht. Mit den Nahen kann ich bestimmt absolut niemals anfangen. Immer noch nicht. Okay. Definitiv nicht. Das haben wir hier. Keule... Keule-Eule. Keule-Eule macht Beule. Dankeschön. Das erkenne ich. So. Lass mal gucken. Keine Reagenz-Glass. Wirklich nicht. Nein. Wissen alle, wie das ausgeht. Wasser-Magier aus Gothic. Okay. Kann... Weiß... Das kann gut sein. Weiß ich nicht an dir. Aber eher zu nein. Okay. Alles klar. Ja, so wer kann denn noch hier so ein schön... Schönes Cape gebrauchen? Ich würde sogar sagen... Ich würde sogar sagen... Das geht ja. Das geht Linda. Klar. Das kann Linda gut gebrauchen. Und dann kriegt auch Aluf immer was besseres hier. Okay. Gut. Schönes. Ich habe mich... Was bestimmte andere Menschen gerade dazu... Also das ist doch Gothic. Sehe ich das jetzt richtig? Keule-Boy. Es ist... Mann, ich meine... Das ganze Spiel ist doch darauf ausgelegt, dass es einem mit der Zeit langsam aufrisst. Was anderes macht das Spiel hier doch nicht. Ist nur noch viel gemacht, um da wahnsinnig zu machen. Käpt'n Momofonomismus. Red. Zeldora-Robe. Tritterschwur. Und Sub ist... Pascal ist flötig. Sub ist kacke. Okay. Was ist das denn für eine Heresie, die hier betrieben wird? Hm. Jo, Freunde. Euer Kristall ist doch schon ganz cool. Aber nicht, was wir suchen. Wir nehmen ihn trotzdem mit oder so. Danke. Gelobst sei so. Was soll das? Ja, danke schön dafür. Das hat mich sehr. Ja, das ist nicht so, weil es klappt. Okay. Okay. Du warst beim Hellentum dabei. Okay, alles klar. Dankeschön, Linda, für... Das sind auch einfach zwei starke Medaillen. Das ist einmal der Papst und einmal der Papst. Da ist jemand schwach geworden. Er hat nicht mal Eile vergessen. Okay. Das müssen wir erst so kurz halten. Dann machen wir mal Eile an. Danke für den Tipp. Können wir noch fest. Oh, mein Gott. Mein Gott, ey. Die sind aber jetzt einigermaßen okay. Da geht's jetzt. Genug E-Muni-E-Muni-Patri. Nein. Ja, viel Spaß. Alter, das war ein guter Dungeon. Das geht ja relativ schnell. Die ganzen Papst hier. Ich glaube, da können wir das jetzt auch machen, den einen. Ich glaube, so kacke stehe ich gar nicht davor. Danke, White Man. Grimmiger Stein. Du hast den Grimmigen Stein böse behandelt. Also, ich habe ihn kaputt gemacht. Das ist das, was man mir damit sagen will. Okay. Habe ich gut gemacht wohl. Okay. Das Reagenz lasse ich bestimmt nicht mit. Und jede Sammlung der Eilevergessung. Nein, machen wir da mal wohl nicht. Ja, das war es dann auch schon. Das war unser kleiner Dungeon des Fistos, die wie gesagt wurde. Das geht schnell. Okay, ich habe den letzten Team nur eine Stunde geschaut. Jetzt komme ich wieder in alles voller Pilze und elblich süchtige Jesus-Menschen, während du 1050 Bananen hast. Tja, C-Serves, es tut mir leid. Ich habe vergessen, es hochzuladen in der Zwischenzeit. Ich muss das dann am besten gleich mal nach dem Screen nachholen. Erinnert mich mal bitte daran. Okay, okay. Erinnert mich mal bitte daran, dass ich das mache. Ganz am Ende des Streams, damit das noch mal jemand schreiben kann. Das wäre echt nett. Hintu waren wohl echt alle dabei. See, Evelyn, Just Gwinder, mich selbst. Gameboy, V4, Aluf, Ghosts, Lern und Buchstaben, Salz. So, habe ich was verpasst? Weiß ich nicht. Wir haben erst kurz angefangen. Wir haben den, äh, die Hallen des Fistus geräumt, glaube ich. Das war es gewesen. Und wir haben irgendeinen Kristall kaputt gemacht. Für wen sollte ich den Kristall nochmal kaputt machen? Was? Die Gezäubung bringen den Wolfen Weiß Weiß. Äh, Arndon, die Schäde. Ist gut, dass derbe Artefakt. Freie Herren, paar Schulke von den Kardibalen. Was? Okay, Stopp, Schild. So, das Lord Wessel. Das Lord Wessel aus der Schmucklerbucht. Bringt es zum aufgebauten Tempel. Kann man auch machen. Was? Äh, nicht was. Ich will das einfach nur, ich will einfach nur hier rüber. Fliegen. Dankeschön. Fliegen will ich. So, lass mal schauen. Ach ja, stimmt, wir wollten einfach nur Inseln gelöscht. Da muss man auch passen auf der Karte. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir sind Inseln gelöscht. Das war Just Gwinnah gewesen. Also bestimmte Inseln können wir hier nicht sehen. Aber alles halb zu wild. Wir gehen gleich in den nächsten Dungeon rein. Wir sollten den eigentlich schaffen können. Eigentlich soll es gehen. Der Orden von Stopp. Okay. Willkommen, Freund. Okay. Danke, Micha. Ist nicht... Ey, da ist Micha. Okay. Micha ist hier. Okay, hallo Micha. Warum war das jetzt wie zensiert? Das Halo verpasst. Ja, das stimmt wohl. So, dann gehen wir doch mal da rein. Wie sieht es aus mit Eile? Oh, kann man mal wieder Neuker sägen. Ist auch gleich vorbei. Na, Dad. Mann. Heldentum ergrölen hält noch eine Minute. Das müssen wir dann auch neu casten. Hallo, Batze. Ja, hallo, Micha. Ich darf ein Genital machen. Hat eigentlich hier schon mal einer versucht, eine Emodikon-Pyramide zu machen? Ist nun mal so ein Tipp. Praisesan. Ein Ort, der sehr häufig von den Sonnenrittern aufgesucht wird, welche hier die Sonnenpräisen. Ich weiß ja nicht. Also, das sieht dies um einiges machbarer aus, als das, was das letzte Mal hier zu sehen war. Ja, ja, macht ihr mal. Nehmen wir auf Feuerball. Alter, machen wir einen Schaden jetzt mit uns zu zaubern. Die Boluspunkte zeigen sich sehr gut. Oh mein Gott, ey. Äh, nee. Voligon-Pyramide. Du musst erst ein machen in einer Zeile, dann musst du zwei in einer Zeile machen, dann drei in einer Zeile, dann wieder zwei, dann wieder ein. Oder du kannst es auch eins, drei, eins machen. Ich glaube, für eins, drei und fünf habe ich was gemacht, ja. Oh, nicht geschafft, Katzensocke. Leider nicht. Aber man kann auch einfach eine Dreier versuchen, das sollte auch klappen. Wie machen hier irgendwelche... Alter, mach mir den Schaden, ey. Also, der schwule Magier lohnt sich echt ziemlich toll. Hat die doch... Oh, nein. Ich weiß nicht, ob das das bringt. Okay. Danke, White Man. Lel. Ah, Din Lel Feilner. Ah, danke schön, Dinner, okay. Kefi Ami und Gendaru werden stolz auf euch. Also, das war jetzt doch gar nicht so schlimm hier, ne? Also, eben als wir das letzte Mal hier reinkommen sind, waren auch sehr viele rote Papste mit dabei gewesen. Also. So. Also, die, ich weiß gar nicht, welches ich hier aufmachen muss. Ich kann hier einfach mal beide aufmachen. Ich weiß, dass hier ein Minotaure ist. Ich weiß, dass hier ein Minotaure ist. Eile, Segen, Herr Heldentum ist alles, stimmt. Du musst mal was machen. Oh, irgendwie hat er keine Nachricht gegeben. Hm, schade. Habe ich es doch nicht angemacht. Es tut mir leid. So, was haben wir da? Elite Schauren Schieft, ey. Elite Schauren Schieft, ey. Okay, wir machen die gute alte Hinter-Ding-Hier-Stehen-Taktik. Okay. Und, äh, ich speichere da mal ab. Nicht, dass da so irgendwelche komischen Gedanken kommt. Okay. Mu. Das ist die. Sag einfach nur Mu. Ja, cool Story, okay. Oh, war mit. Nicht so einfach gebastelt, ja. Feuerstrahl. Ein Schaden. Ja. Das war mir ganz einfach hier. So lange er nicht da, er macht, ist doch alles okay. Nürnbär. Er macht nicht da, er macht Nürnbär. Ey, er ist wirklich für einen Frame geladen auf 160p. Gut. Immerhin. Oh, komm. Kann ich das so machen? Er macht ziemlich tollen Muten. Alter. Ich hab so ne Angst, ey. Jeesau, wenn er das macht, ich will nicht sterben. Ja, jetzt chill mal. Das ist nicht groß genug für Wahn. Ach so. Das wuchs nicht halt bei Fünferpyramiden. Nein. 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 Komm, Schieftain, jetzt chill. Hier, nimm mal Feuerstrahl. 14 Schaden. Feuerstrahl. Alter. Wir machen aber auch nen Schaden hier. Ja, ich weiß. Halo. Will der Schieftain auch geben? Ich finde hier schon so... Er hat schon so viele Pfeile in sich stecken. Wie sieht's aus mit Eile? Oh, ist gleich alle. Weiter. Ja, wie ist es bei Angst, ne? Ich hab jedes Mal Angst, ey. Du wirst einen Haufen Leute verdichten wollen. Du schaffst es gleich noch, ne? Ich seh's so, komm, der letzte Schlag. Der macht's gleich noch. Muuu. Muuu. Okay. Genug mit Muuu. Warum hab ich nicht erkennen, du Arsch? Spezialitäten? Fünf Jahre. Na, Gratulation. Ach ja. Ich weiß ja nicht, Jahre. Ob die uns das so wert sind. Naja, es sind fünf Level, ne? Gar keine Frage. Aber... Ich kann leider keine Exe verwenden. Das ist das Problem. Niemand benutzt die. Der Pyramiden-Killer. So, mal sehen. Was haben wir denn hier? Kann Pascal das machen? Oh mein Gott, hoffe ich schaff das. Sonst sagt er wieder Nick-Knock. Dankeschön. Okay, okay, okay. Aha. Grand Prime. Das erkenne ich. Skana. Mein Gott, ey. Was haben wir denn noch? Die Hopps. Ich hab Angst, dass da irgendeine Kiste wieder nach Waren führt. Kackpfeil. Okay. Das erkenne ich. Das ist doch Wahnsinn. Ich hab Angst, dass irgendeine Kiste mich nach Waren führt. Ich glaub... Ich trau euch nicht. Aha. Ihr habt's jetzt einmal zu viel gemacht. Okay, okay, okay. Das erkenne ich. Gargoylhelm. Helm als Gargoyl. Tja, ja. Was will man mehr dazu sagen, ne? Was zur Hölle Sache. Okay. Oh. Den kann nicht mal Linda erkennen gerade. Das erkenne ich. Das ist interessant. Was habe ich hier? Oh, ich dachte, dass die Truhe kann ich nicht aufmachen. Okay, okay, okay. Uh. Sägen. Sechs Stunden lang kannst du nun sägen. Dankeschön dafür. Das erkenne ich. Einfach ein Gürtel der Schlauheit. Das erkenne ich. Unterhemd. Okay, kein Ding. Unter... Du kannst ja einfach mal Schlauheitsgürtel tragen. So ist das nicht. Dann hast du wenigstens ein bisschen mehr Mana. Leer, leer. Da waren Schuhe. Was für Schuhe waren das? Das erkenne ich. Waren das Amulettschuhe? Das erkenne ich. Nein, das war ein Helmschuh. Schuh der Schnelligkeit. Der Bot zerstört dein Werk. Ist echt so? Der Bot kann's auch zerstören. Shit, ey. Ausdauer. Hm. Gehen wir mal in die Richtung. Was haben wir noch? Voll leer, ey. Resistenz. Ja, kriegt anscheinend Linda, wird mir immer wieder gesagt. Mit schlauer Flüssigkeit. Jo. Geht mal Pascal. Schneller Flüssigkeit. Kriegt Alufel. Schöne Flüssigkeit. Geht mal an Linda. Voll leer, ey. Gibt mir mehr Sachen. Oh. Oh. Aber. Nee. Ist nicht besser als das hier. Nee. Was war das hier für ein Text? Shalantyne. Auch aus Warframe. Beliebtes recht großes Schwert und guten Splash-Schaden. Wird als Zutat für den Empiristisches verwendet. Dankeschön. Kane. Alter. Immer der Cockloch. Kane. Es muss nicht nur jeder ruhig sein. Man muss sogar... Man muss sogar... auch noch Glück mit dem Botter-Arm, ey. Scheiße. Ist doch super. Diese blöde Pyramide. Nochmal sägen. Sägen hält sehr lange. Schnelle Flüssigkeit. Kita, Alufel. Was haben wir noch? Ausdauernde Flüssigkeit. Dankeschön dafür. Kloppende Flüssigkeit. Immer die Stärken fördern, sag ich ja. Immer die Stärken fördern. Okay. Was ist das hier? Das ist Markov-Ketten. Was machen die eigentlich? Konntest du nicht fotografieren, dass du diese Rüstung bekommst? Nee. Konnte ich nicht. Eigentlich nicht. Okay. Oh, ein schöner Handschuh. Den kannst du nicht erkennen, nee. Hast du Erkennen immer noch auf 4? Ah, okay. Da verstehe ich das, ja. Puff. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Schuhhelm. Das Erkennen. Schwert. Das Erkennen. Tür. Okay. Aha. Oh. Ausweich schon zu 7. Den gebe ich mal Pascal. Das Rettung. Ja, nimm einfach. Den kriegt der Pascal hier mal zugedrückt, weil der hat ja... Oh, doch. Haben alle mittlerweile relativ viele Ringe, ne? Ja. Krass. Hallo, hallo. Unsere Simpen. Ein paar Katze? Unsere Katze sind am Schlafen. Hallo. So leer von Astora. Greifst du mich auch an? Ja. So langweilig, dass er mit Leuten anscheinend steht. Innumine Patrie. Der Himmel erwartet uns. Ja, gut so. Oh, das war so leer von Astora. So schwach wie im echten Spiel. Ähm. Gib her den Kram. Oh, oh. Neckgurt. Oh, oh. Neckgurt. Alter, Fuffol. Alter, Fuffol. Abzüge in der B-Note. Abzüge in der B-Note. Eindeutig. Ne. Das können wir so, das können wir so nicht akzeptieren. Was? Okay. So ist von egal. Okay. Ich kann dir das auch diesmal sagen. Okay. Das ist die Abzüge in der B-Note. Hallo. Ich hab das Flottwessel gefunden. Suchgegenstand. Ein Gefäß, das den Chosen-Undead erlaubt, zwischen Leuchtfeuern zu teleportieren. Für dich eher unnötig, dass du da dein eigenes Leuchtfeuer setzen kannst und zu dem Stadtportal hast. Ach, scheiße, ey. Ey, geil. Das ist eigentlich nicht so viel. Ja, gut, da haben wir jetzt wenigstens... Nein. Da war ja noch was drin. Was ist jetzt los? Das erkenne ich. Spinnenschild. Ey, das ist besser als meins. Kann ich das einfach kurz verzaubern? Ey, hier. Du schaffst das, Saloufe. Ey, geil. Halbiert den Schaden durch Geschossattacken. Ey, geil, ey. Was sind wir mal mehr? Oh, das klingt schon ganz cool. So. Was kann ich denn noch... Also, da darf ich das hier aufhören. Das ist klasse. Ähm, ich... Ne, ich brauch nicht schlafen. Ich kann einfach zum Tempel von Sub gehen, meine ich. Da kann ich mich ja daheilen lassen. Dann geht's gleich in den nächsten Taschen rein. Spinnenschild des Schildes. Warte mal, ich hab's gar nicht gelesen. Du hast recht. Spinnenschild des Schildes. Klingt so zwar ziemlich langweilig, aber immerhin ist es eines der besten Schild. Stell dir die Delfine einfach als Spinn vor. Wie machen wir das denn? Delfine mit Spinnenbein. Wie würde das... Alter. Das ist etwas, das würde ich in mein Horrorspiel einbauen. Ohne Mist. Powerful. Ja. Warum tust du das? Warum denn nicht? Äh, Pyramiden. Ja. Äh, anscheinend ist es jetzt meine Bestimmung, Pyramiden zu zerstören. Ich mein... Wer hat dir das denn gedacht? Ähm, naja. Vorher hat meine Gruppe mir gesagt, dass ich Pyramiden nicht zerstören soll. Aber jetzt, wo ich von der Gruppe weggegangen bin, äh, habe ich anscheinend eine neue Bestimmung gefunden. Und ich glaube, diese Bestimmung wird es sein, alle anderen Warns zu zerstören. Also, möglichst viele Warns zu zerstören. Mhm. Ah, ja, Micha, das ist halt die Endaufgabe. Und ich glaube, dahin wird die Lore auch führen, dass wir am Ende vielleicht Warn zerstören. Aber da dürfen wir noch nichts spoilern. Das sind wir, das sind wir? Ähm, das ergibt sich so. Ja. Aber ansonsten, ne, keine Ahnung, für uns einfach nur witzig, irgendwie Chattern, einfach nur unter die Pyramiden zu unterbrechen. Äh, so. Weil vielleicht war es gerade sehr gut gewesen, weil er gerade kurz vor der Vollendung stand. Das ist halt wie Gott beim Turmbau zu Babel, könnte man sagen. Mhm. Hat dann auch einfach gesagt, ah, euer Turm ist zu hoch, tja, dann sprecht mal andere Sprachen, ja, Bies. Und dann hat er einfach, äh, den Turm umgekippt. Voll gecheatet. Tempel von Santa. Ein Tempel, der seinen Besucher mit komischen Schalterrätseln und Karnibalen verwirren will. Dann gehen wir da doch mal glatt rein, ne? Ey, geil, dann komme ich dann auch wieder vor. Ja. Ey, cool. Da gehen wir mal. Muss noch mal ins Dogland. Alter, kannst du mal aufhören, deine komische Sprache zu reden? Warte, ich habe mich nicht mehr. Hey, hey, hey. So, machen wir erst mal Sägen. Warte, ich habe nicht mehr. Okay. Also, ich muss dir zugeben, ich komme ja auch aus so einer ausländischen Gegend, wie, äh, ein gewisses Partymitglied, was dich so aufregt. Ähm, aber manchmal, so einiges von dem, was er da redet, ist auch mir fremd. Okay. Okay. Ich höre im Sterben. Okay. Okay. Das ist aber eine Schlange. Das ist eine sehr schöne weibliche Stimme, muss ich dir sagen. Okay. Und, äh, da habe ich auch überhaupt nicht mit Outer City nochmal nachgeholfen. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Aha. Ampulle anfahren. Ey, Shaspinner ist wieder da. Ja, geil. Königstick. Shaspinner, ey, du hast es geschafft. Glückwunsch. Willkommen zurück. Alter, ich habe... Ja, Gewitter. Wahrscheinlich. Überall. Okay. Okay. Gewitter. Wo das gewesen ist. Ich weiß auch nicht, wo es gewesen ist. Scheint überall. Oh Gott. Wir müssen die Schwabbelpfad entlang gehen. Blöde Schwabbelpfad ist sicher. Ah, okay. Schafft noch nicht. Na gut, aber das wird schon. Hoffe ich mal. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Schwabbelpfad. Ich muss jetzt Schwabbelpfad gehen. Schwabbelpfad, oh shit. Bist du dir sicher, dass es der richtige Schwabbelpfad ist? Nein. Dass wir auch noch was geändert haben. Finde ich nicht, aber anscheinend haben sie Gnade walten lassen in dem Fall. Ja gut, das letzte Stück musst du ja noch. Geschafft. Ey shit. Geil. Okay. Dann wurde anscheinend noch nichts geändert. Ja. Finde ich gut. Glück gehabt, ne? Weiß er nie, ey. Er hat die Schlange eigentlich eingeladen in den Laden, ey. Also, äh, ich glaub das war ich gewesen. Sorry. Ich hab Knochen gefunden. Aber man, Schatzkinder muss die Questgegenstände tragen, das ist wichtig. Mhm. Er muss doch eher hier haben. Oh, was hab ich? Wann hab ich? Wieso hab ich? Ich hab absolut keine Ahnung, was dieses komische Ding ist. Wie oft hast du eigentlich überhaupt bei dem Projekt so die Angst, dass wir wirklich was geändert haben? Immer. Fast immer. Fast immer. Ja, aber grad eben war ja nicht gewesen. Das war das fast immer dann gewesen. Also, ich meine, ich muss das ja erstmal per Ausschussverfahren machen. Ich muss ja erstmal es richtig versuchen. Also, es macht ja... Ich muss ja erstmal mit der positiven Einschränkung, dass du nichts gemacht hast. Und dann kann ich immer noch denken. Ja, scheiße. Es ist doch nie so. Das ist bald Eile. Eile ist bald wieder Eile. Okay. Okay. Ah, das ist ein Fischdeck. Okay. Muss aber ein bisschen drauf achten, ey. Okay. Okay. Mann, ey, ich hör diese ganzen Geräusche hier. Oh, 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 oh. Ui, ui, ui. Aber ich mach einfach die, ich mach einfach die Micha-Taktik. Wir sind auch ein Schlammschlag. Sehr geil. Wir sind nicht völlig geredet. Guck mich, der Fähig ist einbefolgt. Was? So dreht an. Du filmst immer so durch. Wie jeder Dialog ist irgendwie für viel zu lange. So 20 Sekunden. Ich find's ja witzig. Das ist, wenn einen kalkuliert gewesen, als sie ihn als Mitglied mit eingefügt haben, glaube ich, dass einer richtig am Ausrasten ist. Okay. Ah, Handschuhe. Aber es sind Schuhe. Ja, aber sicher, dass es wirklich Handschuhe sind? Nein, es sind Schuh-Hände. Ah. Ideal, trage ich. Oh. Da fängt es schon an. Oh, oh. Alter, Flauschi. Was ist da passiert? Nein. Was hat Flauschi gemacht? Klauschi, 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 Klauschi. Ach shit ey. Flauschi hat irgendwas Böses gemacht. I'm joined. Alter, ich habe die Sex-Sache. Okay, okay. Warum ich? Was habe ich denn gemacht? Ich rede hier doch nur. Was? Hast du was gemacht? Ich habe nur eine Pyramide unterbrochen. Mehr nicht. Ah, eine Pyramide? Ja, das macht mir ja eine nicht. Ich bin halt außer Rad und Mann, seitdem ich die Gruppe bin. Aber es tut mir auch leid. Aber es geht jetzt in meiner Natur. Ich muss jetzt Pyramiden. Ich bin einfach dieses gemeine Kind geworden, was die Bauklotze im Kindergarten kaputt... Oh nein, die Versuchung. Was denn? Das war dich nicht. Das war dich nicht. Nein, nein. Es wird echt hart hier an einer Abnahme. Okay. Ich hätte das vielleicht nicht sagen sollen, dass man Pyramiden machen kann. Ich finde es witzig. Nein, gut. Ich bin da nochmal drauf. Alles klar, hau rein hier. Pantastico. Und möge Sub mit dir sein. Dankeschön. Das ist alles, was wir hier wollen. Ey, geil. Dankeschön. Oh, ja, Bär. Okay. Hallo. Oh mein Gott. Da hat schon wieder komische Sachen gesagt. Entgiften. Ja. Hallo, Robben. Hier bleibt alles mit. Hier kann man ruhig alles mitnehmen. Ich brauche das Geld. Ausweichschance. Ja, gib dem Pascal hier mit. So kann er gut gebrauchen. Alter. Viel Geld, ey. Viel Geld. Das erkenne ich. Sonic Ring. Ja. Ja. Kann man wieder keinen Platz mehr. Eine vergessen halt, ne? Weil ich nicht steck. Ach. Ich muss auch dazu haben. Warum ist das so langsam, BK? Ach so, ja. Hm. BK war schon mal schneller mit den Pyramiden. Gib mich recht, ja. Machen wir erstmal wieder eine. Oh, Mann. Das ist so geil. Alouf hat so viel verdammtes Mana. Das ist echt super. Okay. Gut. Und außerdem. Hey, Snake. Snake. Ja, das macht mich ganz nervös, die ganze Schlangen hier. Und dann ist es nur Just Gwinder letztendlich. Aber er macht das so gruselig. Warum Just Gwinder? Warum machst du das so gruselig? Snake. Hey, Snake. Ey, wie ist das toll? Ey, wie mag ich das? Oh, ich mag das doch nicht mehr. Schlangenpyramide. Hey, Mira. Mann. Krone. Aber ist es F-Krone? Das sagt mir nichts. Keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, was dieses komische Ding ist oder womit man damit jemand schlagen kann. Womit man damit jemand schlagen kann. Hieso in Alouf hat man damit jemand auf die Fresse schlagen? Du bist gruselig. Ja, es ist schon wahr. Ich meine, ich spiele zum, was so ich vierten Mal meinte Magic 6 im Spiel. Dein Spiel ist fast so alt, wie ich bin. Dass so eine Community modifiziert wurde. Also, ja, das ist gruselig. Ich gebe recht. Da gebe ich dir recht. Oh, was ist das denn? Zellenschlüssel. Oh, damit kann ich glaube ich hier heute Mild retten. Und damit kann ich rein theoretisch Paladine verbessern, die ich nicht habe. Ich sage es mal so. Das erkenne ich. Ich kann nicht mehr alles mitnehmen. Okay, hey, 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 hey. Danke schön, lecker. Wir werden mal einen Zaub ausprobieren, was haltet ihr denn von Feuerwelle? Ja. Guck dir das mal an, ey. Guckt euch das mal an, ey. Wie schnell das geht. Oh ja, das ist jetzt ein Amulett. Du sollst keine Amulette kriegen. Tschüss, Grinner. Alter, für Grinner. Wir sammeln hier schon wieder so viel Geld zusammen. Wir haben kurz mal weggeschaut und dann das. Ich glaube, Luf war der Jünger des Lukas. Ja, ich glaube auch, ey. Es sind so gewisse Connections hinter. Medizin, Mann. Das ist so toll. Das ist einfach groß geschrieben. Also, ja, irgendwie ist das merkwürdig. Ist das Grinner? Grinner wird, glaube ich, nie sterben. Außer durch die Chinamimers, die da gewesen sind, ey. Ich glaube, der Spinner ist unsterblich so außerhalb dessen, ey. Was machen die Schlangen da? Das macht keinen Sinn. Der Wetter ist aber gibt, ey. Könnten wir uns wieder auf den Swing konzentrieren? Leute, ihr habt eure Versuche gehabt, ey. Jetzt müsst ihr langsam aufgeben. So. Was haben wir hier? Das waren nahe wie genug Schautzen. Ja, da habt ihr genug Langeweile uns das probieren. Okay. 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 Äh, Knochen. Oh! Einen will Carsten vergessen zu zaubern. Tja, dann kann man wohl nichts machen, ey. Dann müssen wir das wohl erstmal wieder wegmachen. Kann man nichts machen, ey. Machtlos. Scheiße, ey. So, okay. Alles wieder hergestellt, alles gut. Danke, Micha. Hallo, noch mehr, Micha. Wir sind so stark, ey. Wir sind so stark. Alter, hier sind wir sehr stark rein. Wir haben auch einfach schon die ganzen guten Zauber. Es geht sehr gut voran. Ey, guck mal, ein Schalter. Hallo, Micha. Hallo, Micha. Hallo, Micha. Hallo, Micha. Ja, das ist echt eine gute Falle gewesen, ey. Ich hab die echt nicht kommen sehen. Ich glaube, ich hab jetzt zwei Sachen, die man braucht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Medizin, Mann. Das können wir nicht aufmachen, weil wir brauchen jetzt noch... Dafür brauchen wir, glaube ich, jetzt noch ein paar Scheitern, die wir umlegen müssen. E-E-Versag, E-E-Versag. Oh, ich glaube, die Tür ist aufgegangen. Sind hier doch Knochen? Hier, lasst mir da die Knochen rein. Fass mit in deine Tasche. Ruhig schon, wenn die ganzen YouTube-Zuschauer auf die Aufmerksamkeit sehen. Hauptsache, ich verstehe, warum im Live-Suite hier alle wegen den Pyramiden abgespackt sind. Er hat den nicht absichtlich synchronisiert. Ja, das hat er echt nicht. Ja, was ich da wohl... Was ich hier wohl jetzt mache. Was ich hier wohl jetzt mache. Was? Was? Ja. Was ist die weg? Was ist die weg? Was? Alles sind Nazi, hab ich geh... Was? Wahahaha. K-K-K-K. K-K-K-K-K. K-K-K-K. Was ist schon lustig? Die Macht vom Feuerring darf nicht unterschätzt werden. Ich habe Handschuhe gefunden. Ich habe absolut keine Ahnung, was dieses komische Ding ist oder wenn ich mal damit jemand schlagen kann. Das sagen wir nichts. Okay, 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 okay. Ja, es ist echt eine Massenausrottung. Ist auch gut, dass Micha nochmal darauf hingewiesen hat, dass der Zauber doch so effektiv ist. Und es ist echt mal ein geiler Run für mich auch, zwei starke Zauberercharaktere dabei zu haben. Also Pascal ist... Ich will es dir eigentlich nicht sagen, aber Pascal ist echt eine gute Addition zu diesem Team. Lasst ihn das aber nicht hören. Bitte nicht, vielleicht schaut er sich ja die Aufnahme gar nicht an. Er muss nicht wissen, dass er nützlich ist. Also hier weitergehen. Uh! Was ist... Ah, okay, nice. Super, wir haben eine. Okay, hey. Hier ist Feuerring sogar besser als in Ferne. Hier ist nur auf Sicht. Feuerring ist wirklich komplett und nicht rum, jo. Alter, ich rinne, Alter, ich rinne, Alter. Ja, er ist Schamane. Wir haben ein Schaman dabei. Wir haben eine Heilbitch, die jetzt schon Schwuger ist dabei. Ne netten Magier. Lufe ist schon auf der höchsten Stufe und wir haben einen Derbenklopper. Wir haben Just Winner. Umstammsalat. Linda und Aluf in der Gruppe. Sehr interessante Zusammenstellung. Alter, ich rinne nicht weg. Okay, okay. Boop. Da ist nichts drin. Das ist echt scheiße, Mann. Das bringt mir nichts. Hallo? Achso, das ist der Keller. Ähm, ja, da komm ich auch gleich noch rein. Ähm, was ist hier noch? Hier ist noch mal ein paar Mannschaftsbilder. Oh, okay. Ey, du Müll, wir haben uns hierher hin. Guck mich der Fähre ist an, bevor ich dich nie ermetzel. Okay, okay, okay. Ey, geil, Ausweichschutz. Da hat ja auch so, dass es halt viel Spaß ist. Äh, Windschamane gibt es hier als Begleiter. Aber Windschamane gibt es, glaube ich, so in dem Sinne nicht, oder? Nee. Oder wird dann noch Windschamane? Ach, das kommt noch. Windschamane war die höchste Stufe? Ist das so? Habe ich schon ganz vergessen. Okay. Okay. Warte ich hier in dem Bett, was da steckt, oder so? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend ist das da für ein gruseliger Ort, hier, wo... Wer schläft eigentlich in diesem Bett, wo mit einem Millionen Schlank vor ist? Wenn das Objektum progressieren, ja, das hat... Hallo, Mitmensch. Hüberschulke, Seereise. Schiffe und Andrew halten sich besser als Fabian, als die Deutsche Bahn. Hol mich hier raus. Hilf mir mal hier raus. Kommen wir noch um vor Hunger. Also, meiner und der, der Kalibalen. Ja, ich verstehe. Das macht Sinn. Das macht sogar Sinn. Gut, wir haben ja ein paar Schulke gerettet. Aber ich glaube, es gab ja noch was zu tun, oder? Ich bin mir ganz sicher. Ja, der Prinzessin Peach. Was? Ich glaube, so ein Wüppelwüppel. Teufelspläne, Zäuberdur töten. Was? Nee, ja, ein paar Schulke musste ich nur hier befreien. Gameboy ist die höchste Stufe. Das ist ja quasi Windschamane. Okay. Ja, das quasi macht das Sinn, ja. Quasi macht das Sinn. Stimmt, es ist eher, ähm, Puchstammsalat ist noch gar keine Stufe aufgestiegen von Rang. Der wird dann zum Vorfuhl und dann zum Gameboy. Äh. Lustigerweise kann er keine Windmagie, sondern nur Erdmagie. Ein bisschen traurig. Das passt leider nicht so. Aber vielleicht lernt... Früher oder später wird er es vielleicht noch lernen. Gibt es hier denn noch ein... Muss ich hier noch was machen? Ich glaube, ich bin hier fertig. Lieber würde ich keine Änderung gemacht haben. Okay. Ja, ne, ich glaube, ich kann hier rausgehen. Ich glaube, ich habe alles gemacht hier. Vielleicht läuft hier noch ein einzelner Gegner rum, aber... An sich. Ich glaube, ich kann hier nach Hause gehen. Wir haben ja ein paar Schulke gerettet. Okay. Da geht's. Erstmal fliegen. Was? So. Und fliegen. Riblore, kein Luftmagier, Adventure, man. Hm. Stimmt ja irgendwo. Es ist ja schon irgendwo traurig, ne? Was? So. Welchen Dungeon? Wir haben da hinten noch einen Dungeon. Der letzte auf dem Plan. Aber erst mal gehen wir noch mal kurz in der Taverne schlafen. Was? In der Taverne. Ihr wisst schon, was da passiert. Oh. Ich habe ja gar kein Wasser. Danke. Stay healthy, Bot. Okay. Stuhl-Stream. Stuhl-Stream. Ah, schön. Eiskaltes Wasser. Das Beste auf der Welt. Das Beste ist ja eh Schrott. Da, ja. Okay. 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 Ganze Speere, ey. So ein Schrottklarm hier. Böhm, böhm. So. Weitere Sachen zum Selbermachen. Da hinten ist doch Rüstungsladen. Bis hierhin und nicht weiter, Jungs. Mein Kettenladen. Okay. Okay. Alles weg hier. Nur die Handschuhe nicht verkaufen. Die Handschuhe können die noch gebrauchen. Hehehe. Okay. 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 Noch irgendwas? Okay. Das kann man nochmal erkennen lassen. Okay. Und das auch. Schlauheit und Resistenz. Ja. Nintendo Power Glove. Das macht schon Sinn. Wahrscheinlich möchte ich es dir je erschaffen, einen Handschuh. Okay. Das ist einfach nur Kacke. Da würde ich sagen, wie groß ich verkaufen. Und den Telebauer-Gloch bekommt auf jeden Fall Linda. Warum habe ich nicht erkennen, du Arsch? Du bekommst den Handschuh. Bis hierhin und nicht weiter, Jungs. Okay. Kann man nochmal verkaufen. Da nochmal ein paar Rüstungen wieder umschieben. Da kriege ich alles gar nicht so rein, wie ich gerne möchte. Aber Linda hat leider so viel verkaufen, dass es sich langsam lohnt, da mal ein bisschen drauf zu achten, was wir da mitnehmen. Können wir mal die Amulette loswerden. Davon haben wir auch so viel. Da wird so viel Kram. Aber als du siehst, ist treuig und ich glaube. Okay. Können wir den Ring gleich nochmal identifizierender Zauberstaben. Können wir mal lieber... Ja, der kommt zur Lufe. Hat ja auch noch ein bisschen Kram, was weg muss. Oh, diese ganzen Schilder und der ganze Kram hier. Mit den Amuletten am Partner. Aber die geben halt Geld. Okay. Die geben halt alle Geld, die ganzen Sachen erkennen. Okay. Chlorantiere, wie auch immer, Ausdauerregeneration dieses Spiel funktionieren. Sollte. Ja. Hier, Ring. Was hat der? Schnelligkeit plus 8. Der hat die Kram gleich an Lufe. Der hat sich toll verzaubert. Kriegerresistenz gegen Schlaf. Nordgehende Blitzableiter. Trägeres Resistenz gegen Schlaf kann dann weg. So. Guter Ring geworden. Kann man sich nicht beschweren. Bis hierhin und nicht weitergehen. Kei, 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 kei. Kei, kei, kei. Noch irgendwas wichtiges. Zu und die Ärmel. Das kann auch weg. Cheers, Partner. Oh, weißt du siehst. Alles, was ich habe. Okay. Komm bald wieder. Willkommen in meine Nazie. Wie geht es wundern? Ihr habt gar kein Geld angelassen. Was wollt dein, du Grattler? Die Fresse, Pascal! Alles, was ich will, kommt bald wieder. Ah, schön, euch hier zu sehen! Ich denke mir schon, dass ihr euch sicherlich freut, dass ich auch hier in diesem Gebäude drin bin. Ist das nicht super? Ich habe in ganz viele verschiedene Läden ausgetrocknet, wo die Leute stippet werden. Also, wie kann ich denn euch jetzt gerade helfen? Es ist ein wunderschöner Tag! Und auch direkt, ihr seid draußen, weil ich hab schon eine ganz schöne Weile in diesen Laden nicht mehr fallen. Da hat sie sich eigentlich gar nicht über das Wetter draußen zu sehen. Aber egal, ihr wollt sicherlich was essen oder schlafen oder so. Ich habe alles hier, was ihr noch haben wollt. Also, was genau wollt ihr? Pancake! Ich wünsche euch einen ganz wundervollen Aufenthalt in meinen E-Tag bis zum Bauch. Ich habe extra die Betten geputzt und frisch in der Kirche und aus. Und dann habe ich es mir ein Winz auf das Kissen gelegt. Ist das nicht wundervoll? Ich habe mir schon immer gewünscht, dass ihr hier bei einem kurdischen dummen Ziel wohnt. Äh, ihr wollt sicherlich umgehen. Schönen Nacht, bis morgen! Ja, hallo, Vanessa. Moin Moin. Willst du ein Lexifon, Baby? Alter! Das ist total echt teuer hier! Wo ist das? Wo ist das bei Sky so verdammt günstig zu? Weil er vom Rang noch nicht so hoch ist. Besser ist es bei ihm am günstigsten. Das hat mit dem Rang zu tun, wie teuer das ist. Oh, das ist also der Unterschied, wenn man die leveln will. Cocktail. Hm, schmeckt wie hütig. Okay. Betten sind wichtig hier. Soll ich nochmal mit Alufa reden? Okay. Ah, schön euch hier zu sehen. Ich denke mir schon, dass ihr euch sicherlich freut, dass ich auch ihr in diesem Gebäude drin bin. Ist das nicht super? Alter, wenn ganz viele verschiedene Läden ausgestrahlt und die Leute auszimmelt werden. Also, wie kann ich denn euch jetzt mal helfen? Was soll ich jetzt eigentlich nochmal machen? Ach stimmt. Ich wollte in einen Dungeon noch reingehen. Ja. Ähm. Gut. Ja, lass doch mal gucken, was sich hier diese lustige Kunstschaft tun kann. Einmal Meteoritenregen. Regen. Alter, ich höre Internet. Ey, endlich bist du wieder da. Ja. Okay. Nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wer hat die ganze Karibanie eigentlich eingeladen? Hier nimmt Regen. Was? So ein wenig. Aber nicht mir. Okay. 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 Ist dir etwa kalt? Ja. Ja. Dort gehen. Quass. Boat, Leute. Alter, macht das alles wie schade. Ich musste mir Punkte verteilen. Der arme Kannibale. Okay. Okay. Okay, doch, doch. Warte, aber ich hätte mich auf der Straße liegen lassen. Oh, Alter, Kokosnuss. Alter, willst du wirklich die Bahnführer wieder bauen? Kokosnuss hat es geschafft. Weil 2 auf 1 nicht da war. Es ist gelungen. Und wir haben es auf Band. Herzlichen Glückwunsch, Linger. Okay. Du hast es geschafft. Welche Leistung. Welche Leistung. Gratulation. Okay. Alter, ich hab dich weg, ey. Okay. Das ist schön. Okay. Man, diese ganzen Kannibalen, die ey. So, hör mal her. Oh, mein Gott. Mit diesem Schamanen hat es wirklich einen zusätzlichen Heiler und Zauberer zu haben. Das ist echt cool. Ich meine, so viel Schaden macht Pascal 2 nicht. Aber er holt das halt so gut mit dem Zauber wieder raus. Okay. Merkst du halt wirklich mal, wie unglaublich Magie hier in diesem Spiel ist. Es heißt ja auch Might and Might in dem Fall. Aber eigentlich heißt es ja anders. Das ist wohl auch ein Teil dabei. Okay, ich find das gerade witzig. Ich komm nicht auf Twitch, aber ich kann deinen Stream hier im Discord sehen. Bleib auf hier. Für immer. Okay. Das ist ehrlich gesagt sehr merkwürdig. Aber schön, dass du noch mit dabei sein kannst. Okay. Auf deine eigene Art und Weise. Ja, Mann. Voll cool. Weißt du, was du immer zu Hause in dem komischen Spielkanner. Den Tempel von Santa war das, glaube ich. Den hab ich irgendwie mitgehört. Auch nur gehört. Ja. Und du hattest noch den coolen Sonnenanbeter Dungeon gemacht, oder? Mit dem Minotaurus, ja, wo du den Minotaurum gesprochen hast. Okay. Also nur die beiden. Die beiden? Wollen wir mal kurz gucken. Wir haben die Minotaurum-Dungeon gemacht, wir haben die Schmuggler-Buchsephistus gemacht und wir haben hier diesen Abhinter mit den Halo-Geräuschen hier abgeräumt. Okay. Genau. Magic, Magic, Fortune, Magie hätte man einfach löschen sollen, dann im nächsten Teil Magic. Alter, das wäre super bepaunt bei Magic und Magic, ey. Da kann man einfach nicht mal angreifen. Also, man hat einfach nur Magie. Das ist ja voll sinnlos. Das ist ja voll sinnlos. Wenn du keinen Mahler mehr hast, dann kannst du einfach nichts mehr machen. Okay. 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 So. Was war denn da so schlimm? Ja. Ja. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Ich sag einfach mal Ja. Oh, Ohrlis. Geil. Äh, Ohrlis sagt, ey, Pit the Bay. Okay, nehme ich so an. Irgendwo, das hast du das Gameboy immer. Ja, das ist gruselig. Ich höre euch die ganze Drachentöterfeile aus Monster Hunter World, den E-Dragon hier verballert. So, warum ist der so schlimm? Warum fand ich den so schlimm? Halle des Bergkönigs. Wo sind wir? Ich höre schon mal wieder, wie es wohl schmeckt. Hast du ihn vermisst? Ein bisschen. Na schön. Sind hier Goblins? Was ist der Hölle? Ich muss erst mal mit dem Feuerlord reden. Fluffy ist hier. Ja, Fluffy. Fluffy ist der Feuerlord. Suchauftrag, ich bin der Bergkönig und befehle dir, die Türen unten zu entriegeln. Dafür nutzt du die Bärensteine, die du hier finden kannst. Enttäusch mich nicht. Teleportex, kommst du mal nicht weiter, rede mit meinem Steingesicht und sie schieten sich wieder hierher. Das kostet dich aber etwas Leben, außer du trägst Bärensteine bei dir. Komischer Dude. Die Türen wurden erst blockiert, als dieser komische Dude im Keller erschien. Bring ihn um. Okay, also ich weiß, dass sie aber auch Oger sind. Also, ich muss mal kurz gucken. Ah, hier sind sie drin, Bärensteine. Alles klar, her damit. Zwei Stücke werden Bärensteine übrigens. Sehr unauffälliger Hinweis, dass Bärensteine Schaden beim Teleportieren verhindert. Danke. Danke. Ich habe aber kurz einen Trank getrunken. Was ist hier? Noch mehr Bärensteine. Ach, wie nett. Warum ist hier ein trauriger Smiley in der Tasche drin? Warum nur in dieser Tasche hier? Ey, wow. Die Story ergibt Sinn mit dem Smiley. Okay, alles klar. Ja, das kommt noch. Barfuß mit Mana-Bonus. Ey, krass. Oger Magi. Mann, Alex! Das... Oger Magi, das ist doch nur der, der so ein Charakter, der gerne mag, so ein heftiges RNG hat. Und ich kann dich so gut verstehen, weil ich liebe das. Mann, ey, ich habe jetzt Bock auf Killing for 2, weil es da eine Klasse gibt, wo man RNG-Waffe kriegt. Ähm, ich meine, ich habe Bock auf das Spiel hier. Ich meine, ich mache weiter. Ich meine, ich brauche Fucke nicht. Ich meine, ich brauche Sägen. Okay. Okay, geil. Twitch geht wieder. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, das war Shaskwinner. Und Shaskwinner, wie hier die meisten wissen, ist hier sehr stark an diesem Hack beteiligt gewesen. Es sind wirklich super viele Goblins hier. Okay. 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 Die sind aber keine Gefahr. Okay. Okay. Ich will nicht überall, wie es wohl schmeckt, hört. Okay. Das ist echt nicht okay. Scythe. Welche Klasse-Equival hat RNG? Ich glaube, der Überlebenskünstler war das. Der hat eine RNG-Waffe bekommen am Anfang, weil ich das verstanden hatte. Keine Ahnung, Mann. Ich habe das doch nicht viel gespielt. Ich weiß, was hier drin ist. Weggelaufen bist. Ich weiß, hier ist doch einer von den Warnwächtern drin in dem Tempel hier, oder? Ich glaube, einer war hier. An diesem Ort. Aber Fluffy, ey, der weiß, dass wir das da hindern müssen. Ich wollte einfach nur, dass Fluffy hier ist. Hallo, dummes Steingesicht. Ach so. Stimmt ja, da war ja was gewesen. Die sollen ja alle einen Bernstein tragen. Ups. Passiert mal. Auch den besten Leuten, ne? Gut. Ich finde das auch lustig. Wir heilen uns einfach und dann ist auch wieder alles okay. Ja, dann lass uns mal merken. Lass uns mal gucken, wie die... Den Goblin nehme ich als Orientierungshilfe. Die Goblin-Leiche zeigt hier immer die besten. Äh, das ist schon ganz gut. So, dann lass uns erstmal in den Westen gehen. Das ist schon... Wer flüstert mich hier eigentlich die ganze Zeit an? Was wollen diese Stimmen von mir? Oh, die Tür. Hallo, Tür. Ist dahinter? Nichts. Ah, hallo, Alex. Moin, moin. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Und die juckt nicht so wie mir gerade wieder unglaublich die Narbe. Das ist der Ort. Das ist der Moment, in dem ihr weglaufen müsst. Okay. Wer sagt das denn? Ist das Vorfuhr wieder? Zwiebel. Oger. Das ist der Moment, in dem ihr weglaufen müsst. Das ist der Moment, in dem ihr weglaufen müsst. Wow. Das freut mich die Woche. Oger sind die Zwiebeln. Oger sind die Zwiebeln. Danke, Shrek. Okay. Oh, mein Gott. Mein Gott, ey. Oh, mein Gott, ey. Das ist der Moment. Ach, hier geht's lang. Hallo. Ach, nur ein paar Goblins. Wir sind sehr stark. Wir müssen nicht so viel Angst haben. Ich muss nur eine wieder aktivieren. Okay. Gut, dass ich daran gedacht habe. Die ganze Zeit labert. Wehe ich's ja. Erstmal zu. Wir gehen nicht zu wahren. Nein. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wow. Okay. War da gerade wieder der Bug aktiviert worden? Mann, ich kann nicht. Ich höre die ganze Zeit weh. Was ist hier unten? Hallo? Ui, hier geht's nach unten. Hallo? Hier, nehmt Emferno. Nehmt nochmal Emferno. Ich hab noch mehr Emferno. Ne, ich hab Feuerball. Feuerball. Hier. Alles muss man selber machen. Alles muss man selber machen. Au. Wenn noch teleportiert wird. Also, ich glaube nicht, dass ich... Ich weiß nicht... Oh, hier ist ein neuer Uga. Shrek! Nein, tu's nicht, Shrek. Ich weiß nicht, wie... Ja, ich hab noch nie... No, das ist ein neuer Uga. Ich hab noch nie... Jungs. So ne Scheiß hier, Mann. Hey, 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 hey. Boah, wird der Raub aber gut ausgehauen. So, einmal kurz wieder speichern. Da. Gut. Wir könnten hier runter gehen. Ich glaube, da geht so Anubis selber. He, Imhotep, sag ich dazu noch. Pachen wir mal die ganze Tür drauf, wa? Mein Gott, ein gesperrter Jesus. Ein gesperrter Jesus. Hier sind viele eingesperrte Jesus. Okay, okay. Ich weiß nicht. Mann, Wevs, ich höre dich die ganze Zeit. Was ist denn? Oh, die K... Warum spart Sache eigentlich auf der Seite? Denkt dran, was zu trinken, Leute. Ich glaube, es ist so gar nicht hinter einer dieser Tür. Man muss doch einfach nur Elbe runterspringen, ne? Muss man nicht hier runterspringen und hier kommt ein warmen Gegner? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Was zur Hölle? Felix. Es ist die Kate, der die vert... Die Kate, nein! Was? Du hast die vertont? Das ist das erste Mal außerhalb deiner Bäckerrolle, dass ich dich höre. Und du, du bist für die Wahnwachen verantwortlich. Ist das dein... Ist das dein Ernst? Ich... Ich... Ich nehme dich mit. Ich habe dir schon gesagt, ich nehme dich mit im Wahn und du willst die ganze Zeit deine eigene Stimme hören. Die auch noch fehlt. Der eine... Das ist ein Spezialgegner, Timo. Und ich weiß nicht, warum sie ihn Felix genannt haben. Vielleicht macht das ja sogar Sinn noch. Mann, Schreck, halt die... Schreck, halt die Fresse! Ja, genau. So, du Arsch! Komm her, ey! Alles Bord. Der... Wo, wo, wo? Ho, wo, wo, wo? Was sagt er? Schlagen? Er ist echt... Er ist echt... Er ist echt... Er ist echt... Ja, fuck! Der... Der... Wahnwörtlich... Wahnwörtlich... Also, wir haben... Gesehen. Wir haben Genies gesehen. Und die Genies sind Will Smith, die die ganze Zeit... Ja, machen... Wir haben die Kate... der die ganze zeit was zur hölle sagt in seiner animation das wird so waren wird so schlimm waren wird so schlimm okay danke für den schlüssel magischer stock das ist ein schlüssel kisten schlüssel danke oder so ich freue mich schon auf waren ein du hast ziemlich coolen die kette verpasst und somebody wieso vergiftest du mich überhaupt nur weil du oka bist dass die kiste ist das hier kistenschlüssel ich glaube ich habe richtig danke 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 axtium wird von der axiom kirche einer integrationsritter ausgegeben da okay das ist glaube ich nicht die kiste die gesucht habe bin mir relativ sicher glaube ich ich habe vergessen die fresse was gleichsam lassen dass ich ihn hier sagen ich will doch nur irgendwo pennen können oh hier komme ich wieder raus okay ich glaube da gehe ich einmal kurz wieder an den anfangen vielleicht kann ich da pennen sonst gehe ich zur lufe du hast keinen bernstein mehr das ist aber schade habe ich einen zu weit gegeben du hast einfach keinen mehr dann lass mal kurz speichern und dann pennen und dann casten wir was das zeug hält wieder okay cool ich habe ihn getötet worauf war das so eigentlich also ich muss alle töten alles klar da muss ich wohl alle töten verstehe aber das führt nach wahren selbst mir war das als bayern pascal unheimlich ja das verstehe ich so wir sind letztes mal hier reingegangen ja ich verstehe das auch nicht ja genau keine kiste okay so nein 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 ja das macht mich auch alles fertig ich werde jetzt mal in dem alex geisterhaus sein soll letztes mal wo ich will gar nicht drüber reden ich will gar nicht drüber reden das ist der moment den ihr weglaufen müsst das ist der moment den ihr weglaufen müsst okay 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 soll ich dazu nur oh wir haben da eine truhe danke alex wieso eigentlich immer alex der was macht oh neuer kristall bernstein oh nochmal geht dankeschön lecker oh bernstein geht nochmal schaffst du wieder oh geld kriegen ja alle so ein bisschen das ist ein dummes gesicht das können wir ignorieren china mima oh mein gott oh da will boah bin ich da durchgeregt oh lufe das wieder hat okay 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 nein die klappe wigs so ihr seid nah genug dran okay 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 aber wird doch langsam wahnsinnig hier ne ich weiß ich sag immer wieder wahnsinnig aber ich mein damit liegt das grab vom wahn alter seid ihr laut kann ich auch aber seid ihr immer noch laut okay 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 hello hello hey keine kiste keine kiste hat sich nicht gefragt ein was aufzunehmen was ich glaube alex hat einfach mal was gesagt und dann wurde das einfach aufgenommen hi sunny okay wie viele waves sind ihr noch oh ne scheiß wie viele habt ihr davon noch okay denkt ihr das ist eine gute idee das einfach wiederzuholen und mich langsam in den wahnsinn zu treiben mit der scheiße was ist das hier für ein loch wir wissen was das für ein loch ist das ist was hallo 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 ich glaube ich schon länger hier muss mal wieder eile carsten oh so habe ich schon okay hallo 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 warum hab ich nicht nur ein gut sagt es döner mit alles harmonischer hut wenn man gerade ab so hut kein andere finden kann okay dankeschön das ist ein schöne idee nein Alter, ist das laut. Oh, ganz effizient immer wieder. Danke. Alter, war das laut. Nein, 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 nein. Das ist alles nicht okay. Das ist alles nicht okay. Tja, da habe ich mich wohl selbst übertroffen. Das ist nicht lustig. Was soll der Fluch entfernen? Warte, er zaubert ja nicht lustig. Ich erinnere mich wieder. Was? Ja, das ist Pflicht, Weeps, es ist Pflicht. Es ist Pflicht, die Scheiße aufzumachen, aufzumachen und zu fragen. Hermo, 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 Hermo. Okay, okay. Er hat irgendwie eine Tür aufgegangen. Okay, okay, okay. Okay, okay. Bin ich befreit von all den... Nein, ich höre immer noch weh. Ich kann Weeps nicht einfach für immer zuhören. Nein, auch nicht so ein Body. Okay. Was ist das denn? Haltet die Fresse. Das ist wieder so ein Dungeon, der immer wahnsinnig wird. Also ich kann das Fluffy nicht übel nehmen, dass er hier nicht durchrennen wollte. Ohne Mist, ey. Das ist verrückt. Danke dafür. So, die brauchen wieder Segen. Segen. Was? Immer so, was? Ey, ich will... Schatzquidder habe ich noch nie Quicksauber ansagen hören. Ja. Was? Okay. Okay, Alter. Er hat auf jeden Fall einen Spruch dafür aufgenommen. Sollte ich nur mal wissen. Was? Das ist doch so geil. Schatzquidder hat einfach Licht und Schattenmagie und er hat einfach keinen Maler. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum er es bekommen hat. Oh, Mann, ey. Okay. Was wollen wir noch machen? Ich muss hier runtergehen, oder? Ja, machen wir es doch mal. Hallo? Nein, ist es nicht. Du kriegst gleich die Nerbetabelle in den Kopf geklatscht. Wo ist er? Wo ist weh? Oh, das sind Pizze. Samen. Oh, nein. Eile. Was ich noch? Ich hasse nicht gerade. Oh, Gott, ey. Oh, das sind Pizze. Okay. Das Heli hat nur besser. Okay. Hier ist noch gar nichts. Amazing Chester Head ist einfach nur... Hier ist nichts. Ist eigentlich sehr passend, finde ich. Ey, auf das Produkt draufzumachen. Auf das Produkt draufzumachen. Geht weg. Okay, okay, okay. Magisch erfrischend. Oh, nett. Anscheinend haben wir irgendwas getrunken, was uns gut getan hat. Oh. Ja, wir haben die Tag des Schutzes oder so bekommen. Oder nee, Tag der Götter. Wer hört... Wer hört... Wer hört... Wer hört... Wer hört alles im Ja-Sound daraus? Viele. Also, ich hab das... Ich muss noch... Ich muss noch mehr drauf achten nächstes Mal, okay? Also, ich hab auf jeden Fall Vorfolge gehört. Ich hab Linda gehört. Ich achte mal mehr drauf, ob ich noch andere Stimmen... Äh... Daraus höre. Ist das... Keine Götter. Okay. Keine Götter. Okay. Weiter, ich drehe noch durch hier. Das ist... Ist Waves endlich mal vernichtet. Wie viele Waves kann das Spiel noch haben? Wie viele Waves kann es noch geben? Ich meine... Ich hab mittlerweile... Das sind acht Leute. Ui. Eilerneuern. Kann ich nochmal wieder machen, ja. Klar nicht, schade. Ist auch nicht so teuer, der Zauber. Alter, ich... Ich muss so einen Kopf nehmen. Muss so einen Kopf. Oh, einen Kopf. Kopf. Komm her. Ah, kostbarer Bärenstein. Ja, ziemlich. Ähm... Lass mal gucken. Bist du jetzt zufrieden? Nein. Worauf wartest du eigentlich? Wieso ist Fluffy so aggressiv? Das ist auch dieser aggressiv. Ja, es ist. Es ist schlicht. Lass dich in Ruhe. Du bist hier unten. Ich bin mir so sicher. Oh, es sind noch mehr von denen, ey. Es ist schlicht. Geht weg. Okay. 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 Wieso schreck als Tag Team, als Gegner zu haben. Ist es irgendwelche Namen denn? Okay, dann sag ich E-Dragon ist noch mit drin. Ich sage, du bist noch mit drin. Ich sage, Aluf ist noch mit drin. Okay. Ich sage, Pascal ist noch mit drin. Okay. Ja. Das erkennt ich. Palkion. Leider nicht Enchanted Palkion. Aber vielleicht kannst du es verzaubern, wenn du Richard freundlich fragst. Ja, vielleicht. Mal sehen. Hallo. Was haltet ihr von? Nein. Nein. Okay. Okay. Warum sagt er das eigentlich? Ich glaube, das ist der Moment, dass ich lache. Okay. Das ist richtig. Welche Wunder. Hey. Ich bin immer für eine Überraschung gut, Schatz, Gwinnah. Uh. Ich darf da jetzt reingehen? Ist ja... Nee. Das war aber nicht dort, wo ich schon so eine Drohne finde, oder? Das denke ich jetzt falsch, oder? Äh. Äh. Hallo. 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 Oh. Okay. Okay. Das ist der Moment, an dem ihr weglaufen müsst. Kommt direkt zu Beginn, nachdem ihr Esel trifft. Achso. Es ist Pflicht. Wieso schmeckt? Es ist Pflicht. Glaubt mir. Oh. Was haben wir denn hier? Nein. Okay. 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 Mann, ey. Ist das furchtbar. Ja, es ist Pflicht. Bitte hör auf. Ihr ist wohl schmeckt. Was ist denn hier drin? Hallo? Hallo. Hier sind alle. Hallo. Hallo. Mein Gott, Rüdiger. Ich weiß nicht, ob du hier sein willst. Okay. Mein Gott. Ich weiß nicht, ob du hier sein willst. Ehrlich. Ich weiß es nicht. Hallo. 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 Okay. Ah, hier ist ein Teleporter? Was ist hier? Also, das ist einfach nur... Achso, das ist da, wo man auch lang gehen kann, anscheinend. Okay. Ich hör immer noch Weves. Okay. Hey. Ich hör immer noch Weves. Ich hör immer noch Weves, ey. Das ist das Schlimmste daran. Ist das ein großer Dungeon hier? Okay. Dankeschön. Okay. Ja, macht nix. Das erkennt ich. Entferne Fallschaden. Dankeschön. Bernstein. Reagenzklasse. Danke, Alex. Ja. Ist es. Lass mich in Ruhe. Wo bin ich hier? So atmet er dann auch immer so. Wo ist er noch? Wo ist er? Wo ist doch Weves? Das ist eine der Fragen, die ich mich gerade stelle. Wo ist doch Weves versteckt? Ja, ist es. Mann. Bist du jetzt glücklich? Das hast du gut gemacht. Gut. Kein Ding. Ich, 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 ne. Tschüss. Was? Okay, okay. Also auf jeden Fall haben wir unser Ziel erfüllt in den Dungeon Weißt du auch nicht wofür gedacht ist Wir haben den Kistenschlüssel bekommen, den haben wir gar nicht verwendet, oder? Wofür braucht man den Kistenschlüssel? Ich habe aber nie eine Kiste geöffnet Habe ich irgendwas verpasst oder ist der Kistenschlüssel wieder an einem anderen Ort? Das frage ich mich gerade noch Ich glaube ich habe einen Gang aber noch nicht betreten Das ist noch die andere Sache Glaube ich muss doch hier rein Bin ich ganz sicher gerade hochrücken Hier bin ich auch noch nicht reingegangen Gehe ich hier nochmal lang Ähm Hier ist es leer Hier ist es auch leer Ähm Okay Äh Gut Gab es denn nicht eine unlogische Flöte? Himdok Ich bin mir ja gar nicht sicher Ich kann es dir nicht sagen Ich kann es dir nicht sagen Das kann ich dir sagen Hier war ich schon mal gewesen Jetzt langsam wird es verwirrend Flöte haben wir schon Wir haben eine Death Battle Flöte, ja Ich bin in eine Pfeile gesprungen Ich bin noch weiter in eine Pfeile gesprungen Ja, äh Ich glaube Klar Habe ich alle Waves kaputt gemacht? Auflauepause, ja Auflauepause, ja